Heyo Leute, zu CrimeX hier, was geht ab, ich bin Paul Berger, herzlich willkommen zu Roblox, zum Max Speed Clicker Simulator, meine Freunde. Wir werden heute auf jeden Fall mit einem richtig krassen Lambo der Schnellstier werden und heute mit dabei Amir, was geht ab, Amir? Was geht, Max? Warte mal ganz kurz, du willst mit dem Lambo, erster Zeit, ich werde dich besiegen heute. Ach, okay, denn meine Freunde, heute gibt es mal eine Challenge hier in Roblox, meine Freunde. Normalerweise geben wir immer hunderttausende Robux aus und werden der krasseste, aber heute, Amir, mit viel Geld kann ja jeder krass werden. Und deswegen habe ich mir überlegt, Amir, wir machen eine Challenge, man darf nur 1.000 Robux ausgeben und wer in einer halben Stunde, also in 30 Minuten, am weitesten ist, der gewinnt von uns 1.000 Euro. Du weißt gar nicht, dass du dich mit dem Challenge-Master angelegt hast, Alter, selbst Stadion hat keine Chance gegen mich. Alles klar, Amir denkt wieder, er ist der Beste. Ja gut, dann weißt du was, ab jetzt eine halbe Stunde, jeder kann seine eigene Taktik machen, lasst ein Like und Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Aber man darf nur 1.000 Robux ausgeben und weißt du was, ich mute mich jetzt mal kurz, damit du meine Taktik nicht erfährst. Ja, ich will meine Taktik wissen. Sag, ich werde mich jetzt hier mal, ich habe mich gerade muted, Amir hört mich nicht, weil wir müssen jetzt mal kurz in den Shop gucken. Wir dürfen, wie gesagt, nur 1.000 Robux ausgeben. Ich werde mir erstmal für 300 Robux doppelte Trophäen hier kaufen, damit wir gleich mehr kriegen. So, das heißt, unser aktueller Kontostand ist schon minus 300. Oh, jetzt beginnt hier nämlich gleich schon das nächste Rennen, da können wir dann gleich anfangen zu klicken. Wie läuft denn das jetzt hier, Leute? Ich muss jetzt hier erstmal kurz durchsehen, wie das hier läuft. Okay, ab wann fängt hier das Klicken an? So, Shop, wir machen nochmal hier doppelte Klicks schnell kaufen, damit wir gleich noch mehr abgehen. Damit wir hier direkt schon mal den Bonus mitnehmen. Zack, doppelte Klicks gekauft. Ab wann kann man hier klicken? 10 Sekunden noch, 9 Sekunden. Okay, das heißt, ich habe jetzt 500 ausgeben. Das hat nämlich gerade 200 gekostet. Wir haben jetzt nur noch die Hälfte an unseren Robux. Wir haben jetzt schon die Hälfte ausgegeben. So, Amir, ich bin jetzt hier mal wieder. Oh, let's go, let's go, let's go. So, klicken, 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 klicken. Ja, willkommen, willkommen. Okay, ich nehme jetzt hier schon mal das erste Rennengut mit. Ich versuche hier nochmal schön viele Trophäen jetzt hier schon mal zu sammeln. Das ist meine Taktik. Hast du schon alle deine Robux ausgegeben? Nee. Und du? Nee, noch nicht. Was hast du dir bis jetzt gekauft? Oder sagen wir das erstmal nicht? Du hast doch Robux übrig. Ja, okay, dann sagen wir das noch nicht. Und let's go. Okay, bist du schon hier beim ersten Rennen dabei? Nee, 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 noch nicht. Ach, okay, was macht der denn mit seinem Geld? Okay, also ich bin hier schon mal beim ersten Rennen dabei. Ich sammle hier schon mal so ein paar Trophäen. So, sehr schön. Zack. Ich habe auch schon ein paar gesammelt. Oh, das ist auch hier schon mal gut. Ich meine jetzt hier nämlich schon mal beim ersten Rennen dabei. Armin verschläft hier nämlich direkt schon mal das erste Rennen und verpasst hier seine Chance. Oh, aber wir nehmen jetzt hier erstmal das Rennen mit. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Also bis jetzt ist hier mein Max-Speed bei 250 kmh. Oh, was ist das denn? Hast du dir ein schönes Fahrzeug gekauft? Was ist das denn? Oh mein Gott, das muss ich mir eigentlich kaufen, ne? Oh mein Gott, okay, okay. Okay, das werde ich mir jetzt hier auch nochmal kaufen. Oh mein Gott, warte mal. Das heißt, dann habe ich noch... Warte mal, wie viel kostet das hier? Wie viel kostet das hier? Wir müssen jetzt hier gut haushalten. Okay, warte mal. Das ist eigentlich ganz gut. Ich weiß, wie wir das machen. Ich weiß, wie wir das machen. Ah, okay. Und ich werde es Armin nicht verraten. Wir kaufen uns das hier jetzt noch. Ja, ja. Guck mal, wie wir es nicht verraten. Alles gut, ne? Das kaufen wir uns jetzt hier noch einmal. Und jetzt habe ich noch 100 Robux, habe ich jetzt noch. Und davon werde ich mir jetzt hier Trophäen kaufen. So, und zwar kann ich mir das jetzt hier dreimal kaufen. Und dann habe ich noch 10 Robux übrig, aber für 10 Robux kriegt man ja nichts. So, zack. Das kaufen wir uns jetzt hier noch dreimal. Und zack. Wie viele Robux habe ich hier noch übrig? Boah, ich habe 90 Robux übrig. 90 hast du noch. Okay, also du hast jetzt auch fast alle ausgegeben. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. So. Komm, klicken, 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 klicken. Jetzt werde ich hier auch ordentlich Gas geben. Wie viele Trophäen habe ich denn jetzt hier? 300. Okay, wir kaufen uns jetzt mal hier eine. 300 habe ich auch noch übrig. Und Pack Opening. Oh nein. Nee, nee, nee. Max, guck mal, das Ding ist. Ich habe nur gewöhnlich bekommen. Schade, ich habe leider nicht was Ultrakrass jetzt hier gezogen. Dann machen wir hier nochmal ein Pack Opening. So, und... Ach, wieder nur gewöhnlich, Mann. Ich habe gerade echt nicht so das Pack Luck. Ach, das Rennen skippst du hier gerade jetzt? Das skippe ich jetzt hier gerade mal. Ich habe gerade echt leider hier nicht so das Pack Luck. Wieder nur gewöhnlich. Ey, was soll das denn hier, Bro? Was ist das denn? Sag mir, ich holste diese Schmalspur, ja, für ein paar Trophäen nur. Welche hast du dir denn geholt? Die 125. Nee, die 175. Ja, ja. Ja, habe ich auch geholt. Habe ich doch auch geholt. Beruhig dich, Armin. Ja, ich will halt eine Challenge haben, ne? Und guck mal. So, und bam. Oh, was Ungewöhnliches. Okay, jetzt werde ich nämlich auch mal hier die Raketen auspacken. Wir gehen jetzt mal hier in unser Inventar rein. So, Leute. Und jetzt werden wir nämlich hier mal unsere Besten automatisch ausrüsten. So, zack. Raketen sind aktiviert. Und Leute, jetzt... Okay, das Rennen da kommen, werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr so weit kommen. Aber guck mal, wie schnell wir allein jetzt schon sind. Obwohl wir nicht mal geklickt haben. Let's go! Oh, mein Gott. Das lohnt ja jetzt hier schon richtig krass, Mann. Ich will dir ja nichts sagen, aber so schnell bist du gar nicht. Ja, entspann dich mal. Ich bin ja auch jetzt noch gar nicht hier so weit. Jetzt geht es hier wirklich darum, möglichst viele Trophäen zu sammeln, um noch bessere Raketen zu kriegen. Anders da geht es nicht. Ich versuche jetzt hier bei dem Rennen irgendwie möglichst gut abzuschneiden, damit ich mir gleich wieder eine dicke Rakete kaufen kann. Ich bin mal gespannt. Ich bin gespannt, wer jetzt hier gleich am Ende der Zeit am krassesten unterwegs ist. So, jetzt hier nächstes Rennen. Ich will jetzt sagen, nimmst du nächstes Rennen? Machst du mit? Ja, ich mach mit, Max. Mal gucken, wie schneller es ist mit uns beiden. Okay, klick, klick. Klick, 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 klick. Ich klicke, ich gebe alles, ich gebe alles. Oh Gott, meine Mauch, meine Mauch ist kaputt. Ja, let's go! Okay, lass gleich sagen, wie weit wir sind. Oh, wie viel, wie schnell? Oh, drei, zwei, eins. Ja, komm, ich hab alles gegeben, ich hab alles gegeben. Wie schnell ist dein Machspit? Das ist 8.300. Was? Ja. Nein. Du? 5.000? Das kommt, weil ich zwei seltene Pads und ein ungewöhnliches habe. Ja, okay, okay, Armin hat schon eine krassere Rakete, aber alles gut, alles gut. Wir holen das noch auf, wir holen das noch. Bam! Ich bin mal gespannt, ob mir dieses, weil ich hab ja, oder beziehungsweise du hast ja ein besseres Fahrzeug gekauft und ich hab mir aber diese mal zwei Beschleunigungen gekauft, was am Ende des Tages mehr bringen wird. Ach komm, du bist auch nicht so weit hinter mir, ne? Ja, aber jetzt fängst du an Speed aufzubauen. Die Beschleunigung ist am Anfang halt wichtig. Ja, stimmt, am Anfang bin ich weiter, aber Endgeschwindigkeit, ja, da haust du mir ab. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, Max! Ja, okay, Armin sammelt hier gerade mehr Trophäen, alles... Ja, ich weiß, du hast auch doppelte Trophäen. Wie viele Trophäen kriegst du, wenn du einmal so durchrollst? Ich hab gerade 18 bekommen. Wenn ich einmal so durchrolle, ich weiß nicht, warte, ich muss bis zum nächsten Level kommen. Ja. Gott, wie krank schnell hier auch manche sind. Bam, ja, 11. Hm. 11 Trophäen, wie viel kriegst du? Ich hab aber 18 da bekommen. Hä? Warum kriegst du 18? Vielleicht wegen VIP. Ah. Ja, ich hab mal drei Trophäen, ich hab mal drei. Ah, okay, jetzt 13. Für 30 Minuten. Ja, okay, das auch umso weiter man ist und... Vielleicht hat's auch was mit der Platzierung zu tun, weil du vielleicht ein schnellerer Platz vorne bist, ich weiß nicht. Ich bin aber wenigstens auf der... Ich bin aber auf jeden Fall auf der letzten Stage, da hab ich's auch hingeschafft. Ja, und ich werd jetzt noch... Oh, nee, ich glaub, ich schaff die 50 gar nicht mehr. Oh, ich darf die 50 gar nicht schaffen. Aber ich werd's auch nicht mehr nutzen lassen. Drei. Naja. Eins. Over. Oh mein Gott, ich seh das! Oh mein, mein... Ich bin auch durchgeschlittert, aber... Ja, ich auch, aber es fehlt sich. So, ich werd mir jetzt hier nochmal ein besseres Ding kaufen. Let's go. Komm, jetzt Peckluck. Peckluck, Digga! Peckluck, Digga, nur gewöhnlich. Shit, Mann. Also das kann halt auch voll der Gamechanger sein, ne? Wenn man jetzt hier irgendwie so eine legendäre Rakete oder sowas zieht. So, hier die Besten ausrüsten. Zack, weiter geht's. Doch, 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 doch. Was hast du denn für ein Fahrzeug, weil du dir eins gekauft hast? Hast du nicht dieses kleine Moped hier? Nee, ich hab so ein fliegendes. Ah, okay. Raketenbiene heißt das. Raketenbiene. Raketenbiene. Ja. Okay, jetzt geht's gleich los. Leute. Klick, 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 klick. Wie viele Klicker machst du? Wie viele Klicker machst du? 17 pro Klick. Ich mach 15, okay. Ja, let's go! Oh! Aber mein Finger tut weh, Max! Mein Finger tut weh! Ja, meine auch, meine auch! Leute, wir geben uns hier alles bei der Challenge. Lasst auf jeden Fall Like und Abo da und schreibt in die Kommentare, welche Roblox gehen wir als nächstes für ein Challenge machen sollen. Aber ich find's eigentlich ganz cool. Ich find's echt ganz nice, mal so ein bisschen zu Hause halten, weil sonst rasten wir einfach immer komplett aus und kaufen alles, was geht. Ja, sag echt, doch. Man muss ja auch ein bisschen, ähm... Mit viel Geld kann ja jeder gut sein. Guck mal, das feier ich auch, weil, guck mal, nicht jeder hat auch direkt so 20.000 Roblox-Helfen-Game ausgeben kann. Vielleicht kann man dann auch sehen, wenn wir das vorher machen, und dann kann jeder, wenn er mal selber ein bisschen Roblox ausgeben will, was er nicht machen sollte... Ja, gib kein Geld dafür auf, guck einfach unsere Videos... Und jetzt zieht Armin hier an mir vorbei. Ey, nein. Und tschüss, Specs-Beat. Ich hätt' mir vielleicht auch ein Fahrzeug kaufen sollen, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Bei wie viel Speed bist du jetzt? Also bei mir ist jetzt vorbei, bei mir ist jetzt High Speed. Nee, bei mir geht's noch. Bei mir gibt's 8,5K. 8,5, okay, ich bin bei 6,8... Jetzt hab ich High Speed. Jetzt hab ich High Speed. Ah, okay. Aber wenn du jetzt bei High Speed... Ja, gut, nee, da wird der Vorsprung... Ah, der Vorsprung wird größer, Leute. Ja, nein, ich hab's noch durchgeschafft. Oh nein, ich hab's noch durchgeschafft, Leute, ich nicht. Richtig und wichtig. Oh, was, du kannst dir das nächste Pad kaufen. Ja. Oh, okay, vorbei, Digga. Aber weißt du ja, ganz viel, was du bringst. Oh, ungewöhnlich, okay, das war... Oh, ungewöhnlich, hab ich auch bekommen. Ah, shit. Wie viel bringt die, die Rakete? Ich guck mal. 3,7K. Oh mein Gott, okay. Ende, Digga. Ich glaub, ich weiß nicht, ob ich Armin hier noch aufholen kann. Da brauch ich wirklich einen richtigen Glückstreffer jetzt. Aber ich sag dir eins, dadurch, dass du diese Mal... Weißt du, was ich gelernt habe bei den Challenges? Ja, was denn? Meine Taktik ist jetzt so eine Midgame-Taktik, aber deine ist so die Endgame-Taktik. Meinst du? Das heißt, du kannst... Ja, ey, ich hatte mal so eine Challenge gehabt. Ich war bis wirklich Minute 25 komplett nach hinten. Danach hab ich einen Eindruck überholt, komplett. Ach, und warum? Ja, ja, ja. Ja, weil deine Sachen, die werden erst später richtig eskalieren. Ja, mit dem... Ja, nee, aber du hast doch auch diesmal zwei und alles. Du hast doch mal zwei und mal drei oder nicht, hast du doch gerade gesagt. Ja, als Booster nur, als Booster. Ach so, diese Zeit. Aber wie lange halten die denn? Äh, 30 Minuten. Ja, super. Dann bringt's mir nix. Wie gesagt, warte, warte, einfach warte. Dann bringt's mir doch hier nix. Ja, das war dumm. Ich denke, ich hätte mir so einen Time-Booster holen sollen, statt dass ich das für immer hab. Weil, Leute, wir spielen ja jetzt eh nur jetzt eine halbe Stunde Challenge. Okay, Armin hat da echt besser gemacht heute. Ja, bei uns die Dinge auch für immer, weil du, wenn die nicht zu teuer sind, weißt du, aber mit 1.000 Robux müsst ihr echt krass gut rumgehen. Ja, 1.000 ist wirklich nicht viel. Hätten wir 2.000 Robux geholt oder so, würde ich sagen, das hätte ich auch geholt nochmal. Shit. Egal, egal, Leute. Die Hälfte der Zeit ist jetzt erst um. 15 Minuten sind jetzt vorbei. Also, mal gucken. Mal gucken, was noch passiert, Freunde. Ah, Digga, glaub mir. Ich hab so oft Comeback-Letsch-Mini gemacht. Bei 1.000 Robux geht jetzt gerade. Äh, bei 11.000. Ja, okay. Hey, 11.07, wie bei Geburtstag. Krass. Ich bin bei 8,7. Ich hab, glaub ich, grad noch was gefunden, was irgendwie so ein kleiner Game-Changer sein könnte. Was denn? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Was hast du wieder gemacht? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Das an sich ändert's grad erstmal nicht viel. Aber, äh, die Leute, die wir im Video sehen, die haben's gerade gesehen. Er macht mir Angst. Er macht mir Angst, Leute. Also, jetzt im Moment ändert's noch nicht viel, aber ich glaub, das könnte vielleicht noch mal ein kleiner Late-Game-Changer sein. Ey, der hat irgendwann einen Code gefunden, Leute. Damit der Trophäen bekommt oder so. Nein, nein, hab ich nicht, hab ich nicht. Leute, das Problem ist, ich weiß nicht, ob Max das jetzt gerade wirklich sagt, in der Hoffnung, dass ich nicht draufgoogle oder dass ich draufgoogle, aber ich zeitverschwende. Ah, nein. Der ist so nah dran, Leute, auf einmal. Nein, nein, nein. Also, an sich hat's da an meinem Speed jetzt grad nix verändert. Wie viele Trophäen hast du? 500. 460, um genau zu sein. Ah, nee, die 100 Kasch hab ich niemals. Ich hab noch sieben Sekunden. Ich bin grad mal bei der Hälfte. Komm schon, komm schon. Noch das Nächste. Nein, nein, er schafft sich, er schafft, oder? Ja, noch geschafft. Oh, mein Gott. Das war wichtig. Digga, machen wir eigentlich wieder Geburten? Rebirths? Ich weiß nicht, ob das vielleicht der Game-Changer ist. Ja, klar. Rebirths sind immer Game-Changer. Ah, nee, ich hab nicht genug Trophäen, um das zu machen. Wie viel brauch... Ah, okay, da braucht man 50.000 für eine Wiedergeburt, okay. Ja, okay, Digga. Das werden wir niemals schaffen. Nevermind. Oh, klicken, klicken, klicken. Klick, 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 klick. Aber ich hoffe, du drückst nochmal nach W, ne, dass du ganz nach vorne gehst, um mehr Speed zu kriegen, ne? Ja, das mach ich, das mach ich, ja. Okay, 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 okay. Wolltest du mal sicher gehen. Das mach ich, ja. Wenn du gar nix drückst, ne, und dann dich wunderst, warum hier nix passiert. Ja, jetzt ist es schwierig, hier an Armin nochmal ranzukommen. Wenn er jetzt schon 2.000er hat, ach du Heilige. Oh nein. Oh nein, Leute. Ich hab mir halt einmal 1.000 Dings gekauft, weißt du. 1.000 Trophäen? Ja, ja, und dann hab ich mir diese anderen Pads aufgemacht. Direkt am Atomagant. Ja, aber dann hast du dein Geld besser investiert als ich. Ich hab mir diese All-Time-Boost geholt, aber das war mein Fehler. Man muss sich diese Zeit, bei so einer Challenge zumindest, wenn man jetzt natürlich vorhat, das länger zu spielen, macht das mehr Sinn, diese All-Time-Dinger. Ja, klar. Aber bei unserer Challenge hier ist das auf jeden Fall, war das dumm von mir. Obwohl, du könntest es auch schaffen. Du bist bei der Hälfte und genau bei 15 Sekunden gewesen. Wenn, dann wird es wirklich eine ultraknappe Sache jetzt bei dir. Oh, wichtig, wichtig, wichtig. Das war sehr, sehr wichtig, dass ich das geschafft habe. Weil jetzt kann ich mir auch mal so ein 1.000er-Pad endlich kaufen. Nein, ich schaff's nicht. Oh mein Gott, ich kleide durch. Ich kleide aber durch. Wie knapp. Let's go, klicken, Mann! Alles geben, alles geben. Oh, mein Finger, mein Finger, mein Finger. Oh, Leute, Leute, die hier. Baby, baby. Let's go. Was ist dein High-Speed? Ich sag's dir gleich, ich kann nicht gucken. Ich bin jetzt bei 12. Oh, 15,7. Crazy, Digga. Oh, ich bin so schnell. Baby, bugt das. Ich laufe auf mein Motorrad drauf. Lol, Digga. Oh, let's go. Jetzt gehst du nach vorne, jetzt hängst du mich ab. Jetzt geht's los. Jetzt bin ich bei meinem High-Speed erreicht. Ja, nee, nee. Bei mir noch nicht. Baby, geht's noch ein bisschen. Let's go. Was ist denn dein Lead Game Changer? Ja, ich kann's dir jetzt sagen. Und zwar, es gibt so Fahrzeuge, die man sich kostenlos claimen kann. Ich hab mir zum Beispiel hier so einen E-Scooter geholt. Der gibt einem 10% Extra-Geschwindigkeit oder so. Weißt du was, Digga? Du hast gewonnen. Ich kann mich nicht mehr aufholen. Ja, let's go. So, ich hab mir jetzt hier noch mal ein paar Extra-Trophäen gekauft, weil ich will jetzt hier auch noch mal ein paar krassere Raketen ziehen. Ja, okay. So, zack. Ach, wieder nur gewöhnlich, Mann. Ich hab aber auch ruhig hier kein Glück bei den Sachen. Oh, Pack-Opening. Ich hab dreimal nur die gewöhnlich hier bekommen. Ey, das kannst du keinem erzählen. Und nochmal. Und wieder nur gewöhnlich. Oh, es geht jetzt schon los, weil ich freu. Ungewöhnlich, okay. Eine ungewöhnliche. Aber Leute, merkt euch, wenn ihr das Ganze hier spielt, dann macht lieber jetzt hier die Amir-Strategie. Kauft euch lieber diese Boosts, die nur nach einer halben Stunde halten, anstatt das All-Time-Ding. Bringt mehr. Ja, gerade von Anfang an. Später kriegt man eh so viel. Also ich sag dir, später macht dieses Mal zwar auch keinen Unterschied mehr, weil es einfach zu... Dann heißt es wirklich nur noch Grinden. Also wenn dir das immer noch Spaß macht, dann gründet einfach nur. Oh, wie viel Max-König hast du jetzt? Äh, 15. Boah, guck mal, du bist vor mir jetzt einfach, ne? Krass. Ja, wegen dieser Beschleunigung, die ich mir gekauft hab. Aber das bringt's halt eigentlich auch nicht so wirklich. Nee, ich glaube, das war ein Waste. Unnötige 200 Robux dafür ausgeben. Weil ich dachte, dass es meine Gesamtbeschleunigung mal zwei erhöht wird. Nee, 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 nee. Die Beschleunigung... Also das ergibt ja auch Sinn, Beschleunigung. Als Beispiel so... Ja, eigentlich schon. Ich dachte nur, es wäre so, wenn du als Beispiel 10 angezeigt bekommst, dass du dann 20 fährst oder so. Hm, nee, 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 nee. Shit, Leute. Hab echt mein Geld schlecht investiert. Hört bei Investments nicht auf iCrymex. Aber auch nicht auf A, bitte. Oh, Mann, ey. Aber guck mal. Aber ist ein geiler Simulator trotzdem. Der ist echt cool, der ist cool, der ist cool. Eigentlich sagt ihr hart auf H. Eigentlich müssten wir den Simulator mal hier ganz kurz auf Platz 1 gehen, ne? Lass mal noch einmal kurz hier durchdrehen. Oh, ich glaube, ich schaff's auch bis zum Ende. Ja, wuhu. Oh, hast du wirklich bis zum Ende geschafft, ne? Oh, die Makaron. Die Himmels-Map jetzt hier. Ja, ja. Oh, noch mal die Trophäen bekommen. Und noch mal die bekommen. Wichtig, Digga, sehr nett. Ja, ich hab 10k Trophäen, ich kann mir nur ein Pet holen. Alter, krass. So, ich werde jetzt hier mal ein bisschen durchdrehen. Amir hat zwar die Challenge gewonnen, gebe ich zu. Aber Leute, lass mal doch trotzdem gucken, was passiert, wenn wir hier einmal voll durchdrehen. Es gibt hier so einen Lambo, den man sich kaufen kann. Oh. Alter, was denn? Aber was ist hier das beste Fahrzeug? Beschleunigung 40%? Zweimal? Oh mein Gott. Digga, dieser Silbergeist, der gibt einem plus 40% Beschleunigung und doppelt Trophys nochmal. Alter, das ist auch, glaube ich, krass. Ich glaube, das ist der krasseste. Wenn du nochmal richtig aufdrehen willst, ein paar Trophäen kaufen und Pets holen. Ja, ja, das mach ich jetzt auch. Ich kauf mir jetzt aber erstmal hier dieses Fahrzeug. Damit wir nochmal wirklich ordentlich hier den Multiplikator kriegen. So, Alter, wir haben jetzt hier so ein übelst krasses Fahrzeug ausgerüstet. Und wir kaufen uns jetzt hier nochmal so richtig Big Baba Boo Boo Pets, Leute. Ey, wir kaufen uns jetzt einfach 100.000 Trophäen nochmal für 2.000 Robux. Ich dreh jetzt hier wirklich nochmal einmal komplett durch. Nicht zu Hause nachmachen, Kinder. 100.000 Robux. Ach, du Heilige. Ich kauf mir das jetzt zweimal, damit ich mir 2.000 75.000 Pets kaufen kann. Digga, dann kannst du noch 5 von 10k kaufen. Äh, äh, äh. Das ist nämlich der Plan. Wir machen jetzt hier noch 2 auf von diesen Haien, Alter. Ey, aber ich dreh gleich hier komplett durch. Es steht natürlich wieder nur was Gewöhnliches. Ja, ist ja klar. Oh Mann, ey. Ah, und ein ungewöhnlichen Hai. Und dann holen wir uns hier direkt noch was. Zack. Oh mein Gott. Also ich werde hier gleich Platz 1 Spieler. Ich sag's dir. Ich verballer jetzt hier noch einmal alle bei den 10k Dingern. Vielleicht kriege ich ja irgendwie noch was Legendäres oder so. Ja, das kann sein. Ungewöhnlich. Ja, schon mal besser. Ey, das wird gleich ganz krank. Ich hab mal 2 Auto dann noch. Und übelst krasse Pets. Oh mein Gott, selten. Nice. Waren wir jetzt hier einmal die Besten ausrüsten. Ich hab jetzt nicht mal geklickt, Bro. Fahr mit meinem Fahrzeug. Und, Digga, ich bin hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werde hier immer schneller. Ich bin jetzt schon fast, ich bin jetzt schon knapp 60.000 kmh. Was? Jetzt bist du gerade mit mir vorbei. Also es ist der Highspeed. Es ist der Highspeed. Jetzt bin ich bei 10. Ja, du bist komplett mit mir vorbeigezogen. Alter, das ist, Digga, das ist so ein Star Wars Fahrzeug hier. Oh mein Gott. Ey, aber das Coole ist sogar, ich kann nicht mitnehmen. Das sind Zweisitzer. Willst du gleich mal mit einsteigen? Ey, Kana? Ja, ja, das sind Zweisitzer. Ich hab' vor, ich kann mal hier einsteigen. Das wäre lustig, oder? Das geht, das geht, Bro. Das geht. Warte mal, lass mal nächste Ding machen zusammen. Wir haben jetzt das erste Level durch und haben noch eine Minute Zeit. Alter. Oh Gott. Ist das abartig. Das ist krank. Das ist krank, Digga. Oh mein Gott. Guckt euch mal an, wie das aussieht hier. Wuhu. Und jetzt komm ich nochmal komplett angefetzt von unten. Guck mal. Ich überrunde die ersten jetzt hier schon. Ja, weil du deinen Markt nicht mehr jetzt hast. Oh Gott. Ich glaube, ich ziehe sogar nochmal an Avio vorbei. Nein. Oh, ich hab jetzt meinen Topspeed mit 60.000 kmh. Nein, Leute, warum? Boah, Avio. Avio, ich pack dich kurz in den Rucksack ein. Nein, 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 nein. Boah, 12 habe ich 100k noch geschafft, bevor ich mich überholt habe. Ja, die Belsinsel habe ich auch eh noch nie geschafft. Da kannst du mich gerne überrunden. Alter, ist das krank. Oh mein Gott. Keine Chance. Durchgespielt, Digga. Durchgespielt. Gar keine Chance. Und ich, Digga, einfach das jetzt meine dritte Runde. Ich bin wieder unten und überhole hier schon wieder jeden. Vor allem, was sind das für kranke Pats, die 2,5 Millionen kosten, Digga. Wie heftig muss das sein? Digga, würdest du dir das kaufen, müsstest du ja 25 mal 2.200 Robots ausgeben. Ja, das sind ja schon 20 Euro. Überleg mal, 400, 500 Euro so knapp. Ja, für einen so ein Pad. Okay, warte. Ich mach erstmal ein bisschen. Ich mach auch hunderter Steps hier beim Klicken. Ja, ich mach grad 50 Steps, Alter. Okay, das ist zu viel. Was du machst? Das ist zu viel, Leute. Wie soll ich das jetzt machen? Ich glaube, ich gehe hier auf, keine Ahnung, 70.000 Speed oder so jetzt, wenn ich hier noch klicke. Gerade eben hab ich ja nicht mal geklickt. Wie viele Trophäen hast du jetzt gemacht mit der Runde? 10.000. Ja, der macht nicht viel von Brunden, kann dann ja wieder Dings machen. Okay, warte mal jetzt. Warte, nicht nach vorne gehen, nicht nach vorne gehen. Aber, weil da ist so ein Einsteigenschild. Warte, ich gehe einmal hier drauf. War ohne los. Ja, und jetzt, guck mal, da ist so ein Einsteigending. Jetzt, genau, warte, ich kann nicht einladen. Amir, einladen. Oh, ja. Let's go, Mann! Oh, falsche Richtung. Wuhu! Juhu! Alter, jetzt siehst du mal, wie schnell das hier wird. Aber ich krieg auch die Trophäen dafür, oder? Alter, was? Da kann man ja eigentlich voll so zusammenlegen und sich sowas sparen. Hä? Lol. Aber siehst du auch die Geschwindigkeit? Äh, nee, bei mir, äh, nur bei 15k. Ja, ja, bei mir auch, bei mir auch. Also, dann siehst du ja die Geschwindigkeit. Ja, 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 ja. Unsichtig. Oh, mein Gott. Komm, wir sind ja mit sechs Raketen gerade unterwegs, ne? Das wäre natürlich krass, wenn man das dann, wenn ich deine Raketen-Ding dafür noch kriegen würde. Stell dir vor, du bist von der Spiegel auch noch mitgekriegt. Okay, schau mal, das Ding ist, wir haben jetzt gleich erst die Hälfte der Höchstgeschwindigkeit erreicht. Ja, bei mir hat es schon irgendwie aufgehört, bei mir zählt er schon gar nicht mehr. Äh, wir sind jetzt bei 35. Ja, bei mir zählt er doch nicht mehr. Aber das ist einfach zu krass, Leute. Das ist so geist. Wo wir sind. Guck mal, Freundbonus. Ich krieg da einen Bonus, 10% Trophäen extra mit dazu. Das ist ja cool. Oh, geil. Ey, 1400 gerade bekommen hier fürs Durchfetzen. Oh, mein Gott. Lass einmal Highspeed gehen, ooooh, Brut. Wir sind jetzt gleich bei 60. Oh, mein Gott. Jetzt bei 60. Komm, wie schnell hier immer die Level kommen. Digga, hä? Wusch, 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 wusch. Leute, die fressen einfach nur unseren Staub, nur. Jaja, Digga, und jetzt sind wir gleich bei Topspeed. Wir haben nur 20 Sekunden mit Topspeed. Das ist das Kranke. Wir haben nur 20 Sekunden mit Topspeed. Ich ne, wir durchfetzen. Wir schaffen das nochmal. Jawohl, Alter. Oh, mein Gott. Guck mal unten auf diese Map, wie wir an den anderen Spielern beweisen. Ja, wie ich selber auf... Pst, pst, pst. Ey, Leute, die haben keine Chance mehr. Die haben keine Chance mehr. Oh, mein Gott. Kranke. Okay. Leute, aber ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Die Challenge hat Armi gewonnen. Wir haben hier trotzdem noch einmal komplett alles durchgekauft. Macht das nicht zu Hause nach, Kinder. Lasst ein Like oder ein Abo da. Schreibt gerne weitere Challenge-Ideen in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Haut da rein, Leute. Euer Crymax.